Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Fritz von Berlin Bar. In diesem Video sprechen wir über wofür brauchst du Ketten in deinem Training und nutzen dieses Video als Review für die neuen Alternativketten, die Heavy Packs, bekannt als Heavy Packs. Let's go! Bevor wir rein starten in dieses Video und wir hier über mit Edelstahl gefüllte Kettenersatz Gewichte reden, die übrigens viel besser sind als andere Ketten, dazu kommen wir aber gleich. Auf diesem Kanal dreht sich alles um Training, wie du schneller, stärker wirst, wie du die richtigen Übungen in dein Training integrierst und ganz besonders welches Equipment lohnt sich zu kaufen, worin lohnt es sich zu investieren, was solltest du in dein Homegym stellen oder wovon solltest du die Finger lassen, dafür ist dieser Kanal da, hier bei mir bei Burl & Barbe testen wir die ganze Zeit ohne Ende. Wenn wir uns einmal kurz drehen, sehen wir in diesem Gym sind definitiv mehr Hanteln als Quadratmeter und wir haben den zweiten Raum noch nicht gezeigt und jetzt sprechen wir über Training mit Ketten, was dir das bringt für dein Training, wie du es einsetzen kannst, solltest und was für Möglichkeiten du da hast, wenn es ums Material geht. Wir kennen es alle aus McFit, da kenne ich zumindest her, man kann Ketten an eine Langhantel ranhängen und je nachdem welche Bewegung man macht, sind die Ketten entweder komplett auf dem Boden und man hebt dann, wie beim Kreuzheben zum Beispiel, die Langhantelstange ab und hebt Segment für Segment der Kette mit nach oben. Wenn man das Ganze jetzt benutzen würde, zum Beispiel beim Bankdrücken oder beim Kniebeugen, würde das bedeuten, wir starten hier oben mit der Hand her auf den Schultern und die gesamte Kette, in dem Fall hier die Heavy Packs, sind in der Luft und sind alle befreit vom Kontakt zum Boden und demnach wirkt auf alle Segmente dieser Kette jetzt die Schwerkraft. Das heißt, ja, wir merken das Gewicht. Sobald Segment für Segment den Boden berührt, wird auch das Gewicht, das wir bewegen müssen, weniger. Das bedeutet jetzt beispielsweise in einer Kniebeuge, ich nehme jetzt einfach mal die Stange nur mit den Ketten dazu, alles andere wäre mir einfach zu schwer. Wenn ich jetzt hier stehe, schleifen die unteren Teile der Ketten auf den Boden, weil ich einfach ein bisschen kleiner bin und wenn ich jetzt bei der Kniebeuge klassisch absenke, wird es dadurch, dass die Ketten den Boden berühren, faktisch auf der Handhil weniger Gewicht. Denn jetzt liegt ja mindestens die Hälfte der Ketten auf dem Boden. Das heißt, hier unten in der tiefen Position ist es einfacher und wenn ich jetzt von hier unten wieder rausschiebe aus dem schwersten Punkt, wird es Stück für Stück wie der Schwere. Und das ist faktisch, wofür man Ketten im Training benutzen wird, sollte, könnte. Und andersrum, wenn man das Ganze jetzt zum Beispiel fürs Kreuzheben benutzt, ist es so, dass man jetzt, wenn nur die Ketten drauf sind, hier unten quasi kein Gewicht hebt und desto höher man kommt, desto mehr Last hat man. Man könnte jetzt quasi Scheiben drauf haben und dann außen noch Ketten ran machen und desto höher man weggehoben hat, desto mehr Gewicht hat man auf der Stange. In dem Fall lege ich sie einfach nochmal kurz zurück. Umsetzen übrigens eine ganz schwierige. Bei der Kniebeuge, beispielsweise auch beim Bankdrücken oder über Kopfdrücken, bedeutet das am schwersten Punkt, also nach dem Absenken des Gewichts von oben, ist die Last, die wir bewegen, am leichtesten und am höchsten Punkt, nachdem wir aufgestanden sind, haben wir die meiste Last. Was bedeutet das jetzt zur Integration von Ketten in das Training? Mit welcher Bedeutung hat das? Ganz einfach, bei der Kniebeuge bedeutet es, dort wo der Mobilitätsaufwand und rund um den Umkehrpunkt der höchste Kraftaufwand vonnöten ist, ist das Gewicht verhältnismäßig am wenigsten. Was jetzt beispielsweise bedeutet, dass die Bewegung an sich einfacher wird und du insgesamt mehr Gewicht draufladen kannst, weil du in den entscheidenden Punkten weniger Gewicht drauf hast. Sehr interessant beispielsweise für Maximalkrafttraining, Powerlifting, Strongman, spezifisches Training, olympisches Gewichthebetraining, also nur Kniebeugen, nicht den Rest und aber auch in Relation zu gewissen Defiziten, die man beispielsweise hat. Sagen wir zum Beispiel, du hast Probleme in der tiefen Position, sich heraus zu beschleunigen und schaffst es ab einem gewissen Gewicht nicht so gut, hier unten aufrecht zu bleiben und raus zu beschleunigen. Dann kannst du beispielsweise über diese Packs, über die Ketten hier unten weniger Last haben, aber auf dem Weg nach unten am Anfang sehr viel mehr Last und dann, wenn du hier über die 90 Grad zum Beispiel hinaus kommst, auch wieder wesentlich mehr Last auf der Hand haben. Andersrum, wenn du jetzt bei der Kniebeuge beispielsweise als limitierenden Faktor ein Defizit hast, bei allem was überparallel ist, hast du durch die Ketten die wunderbare Situation, dass du beispielsweise unten es natürlich leichter hast. Aber wenn du jetzt hier rausgeschoben hast und du kommst über 90 Grad, hast du verhältnismäßig einfach mehr Gewicht drauf und überlädst faktisch diesen Teil der Bewegung, weil das Gewicht einfach in dem Moment dann leer wird, indem es den Kontakt zum Boden verlässt. Beim Kniebeugen haben wir es dann beispielsweise leichter unten in der tiefen Hocke und schwerer, desto weiter wir wieder in Richtung Hüft- und Kniestreckung kommen. Beim Bankdrücken beispielsweise hätten wir es leichter in der vollen Bewegungsumfang, in der Zielposition mit der Stange auf der Brust und schwerer, desto höher wir kommen. Das hat jetzt mehrere positive und vielleicht auch negative Effekte. Die positiven Effekte, die wir haben, also den Trainingsreiz, ist auf der einen Seite natürlich diese veränderte Spannung, dass wir hier oben mehr Gewicht haben können und hier unten am Ende weniger Last bewegen müssen. Das andere, was dazu kommt, ist der koordinative Anspruch. Dadurch, dass die Ketten natürlich ein Eigengewicht haben und auch schwingen und rumwackeln, müssen wir besser stabilisieren. Das heißt also, höher koordinativer Anspruch, das heißt, am Ende kommt dabei vielleicht auch eine bessere und sichere Bewegung raus, weil wir ja normalerweise nicht mit einem variablen Gewicht trainieren, sondern Scheiben sind ja ein festes Gewicht. Und dadurch, dass das hier schwingen kann, haben wir ein variables Gewicht, was nochmal mehr Input gibt, den wir natürlich auch ausstabilisieren müssen. Kann gut sein, kann auch schlecht sein. Variable Gewichte würde ich beispielsweise nicht für Maximalkraftversuche nehmen. Im Bankdrücken oder im Kniebeugen, einfach weil sie wackeln. Wenn wir das Ganze jetzt zum Kreuzheben benutzen, können wir zum Beispiel sagen, wenn du Probleme hast, vom Boden wegzukommen, wäre so eine Thematik, die ich zum Beispiel habe. Dass du damit das Ganze so überladen kannst, dass du vom Boden weg noch ein bisschen weniger Last wegschiebst und wenn du hier oben stehst, dann mehr Gewicht drauf hast. Das bedeutet für unser Training also, dass wir es in allen Bereichen einsetzen können. Wir können es im Maximalkrafttraining einsetzen, in einem Bereich von drei bis fünf Wiederholungen, um Maximalkraft zu steigern. Wir können es aber auch einsetzen in einem Hypertrophiebereich, sagen wir mal ganz grob gesagt von fünf bis zehn Wiederholungen. Wenn wir einen gewissen Teil der arbeitenden Muskelketten überladen wollen, wie zum Beispiel beim Bankdrücken vielleicht, den Anteil des Trizeps hier oben, wenn es darum geht, das Ganze durchzustrecken, wäre alles möglich. Jetzt kommen wir mal zu den Ketten, die wir hier eigentlich haben, denn die meisten kennen ja nun die klassischen Ketten aus dem Fitnessstudio, die vor allem eins sind, laut. Was Heavy Packs, und ich habe die übrigens auf der Fibo kennengelernt, sich überlegt haben, eigentlich ist die NSG eine Metallfabrik, die Autoteile produziert. Und sie haben mit einem Abfallprodukt aus der Schalldämpferproduktion in ihrer Fabrik solche Metallpellets, die quasi rausgestanzt werden aus Edelstahl. Und diese, da kamen sie auf die Idee, haben sie faktisch einfach abgefüllt, ummantelt von, das hier sieht aus, als wären es einfach nur Autogurte, abgefüllt in solche Pakete hier und können darüber, dadurch, dass Edelstahl natürlich eine viel höhere Dichte hat, das ist das, was wir sonst zum Beispiel kennen, wir kennen zum Beispiel so Kettlebells oder Hunteln, die sind gefüllt mit Wasser oder mit Sand. Edelstahl hat natürlich insgesamt eine höhere Dichte und auch eine viel höhere Genauigkeit, weshalb man dieses Gewicht dann besser abfüllen kann. Wir haben hier jetzt einmal die Metallpellets, die abgefüllt sind in diesen kleinen Paketen am Ende, umhüllt von einem Nylonstopf, der einfach sehr, sehr belastbar vernäht ist. Das packe ich einfach mal so zur Seite. Der große Vorteil von diesem Material ist besonders, dass Edelstahl natürlich gerade im Vergleich zu Sand eine deutlich höhere Dichte hat. Außerdem hat man bei Sand natürlich die große Thematik, sobald man irgendwie Feuchtigkeit in die Nähe bekommt von der Füllmenge der Gewichte, dem Sand, hat man in diesen Gewichten das Problem, dass Sand anfängt zu klumpen und schon drehen sich Gewichte, sie haben eine gewisse Unwucht. Edelstahl hat diese Probleme natürlich nicht. Abgesehen davon, dass man hier also eine viel höhere Dichte erreichen kann und auf deutlich weniger Raum mehr Gewicht rein bekommt, hat man außerdem nicht die Probleme mit dem Verkleben, mit dem Zusammenhaften und man muss einfach sagen, dass das Material eigentlich völlig überqualifiziert ist, um irgend so etwas zu befüllen. Aber dementsprechend ist das Material auch anderen Füllstoffen für solche Säcke beispielsweise stark überlegen. Wenn man sich jetzt mal überlegt, man würde das hier in Sandbags, also in Säcke befüllen, hätte man nicht mehr das Problem, dass diese Dinger beispielsweise stauben. Normalerweise nimmt man ja deshalb dafür Kiesgemische, allerdings sind die auch in der Regel kombiniert mit irgendeinem Sand, weil irgendwo werden die ja transportiert oder gelagert. Oder ganz besonders hat man das Problem dafür, dass man den sauber bekommt, muss man den normalerweise dann ja auch reinigen, waschen und dann ist das Zeug wieder nass und wenn es wieder nass ist, hat man das nächste Problem, dass der Sandbag nass ist und nicht richtig trocken wird. Es sei denn, keine Ahnung, man wird den backen oder man legt den krass in die Sonne, aber diese Probleme hat man mit diesem Material letztendlich nicht. Die Heavy Packs sind dementsprechende Innovationen in vielerlei Hinsicht. Wir haben die Nachhaltigkeitskomponente, dass eigentlich ein Abfallprodukt aus der Produktion weiterverwertet wird. Was mir gefällt, im Bereich Fitness. Dann kommt dazu, dass die Materialqualität der normalen Qualität im Befüllen von Dingen deutlich überlegen ist, da es kein Sand ist, kein Wasser ist und wir dementsprechend ein Edelmetall oder Edelstahl bekommen hier, der sehr viele gute Eigenschaften hat. Unter anderem ist es ja auch noch rostfrei, obwohl man natürlich die Dinger nicht nass werden lassen will, aber haben es besser als brauchen. Dementsprechend muss man sagen, dass wenn man jetzt bisher Ketten in seinem Training verwendet hat, und man hat solche Ketten zu Hause, die rosten, klimpern, laut sind, hat man hier jeden Grund, die vielleicht zu ersetzen durch etwas, was leise ist, weniger Probleme macht und tendenziell vielleicht auch weniger abschreckt. Denn so Ketten wirken ja für viele immer super rustikal. Die einen finden es geil, die anderen finden es eher nicht so geil. Aber wenn man keine Ketten hat, würde ich mir auch keine normalen Ketten holen, sondern lieber ein paar Euro mehr ausgeben dafür, dass ich was habe, was keinen Dreck macht, was nicht laut ist, was nicht rostet und was man beispielsweise über diese Öse hier vernünftig aufstecken kann. Sehr, sehr großer Vorteil und warum ich auch finde, dass das hier als Produkt Potenzial hat. Für welche Gyms eignet sich das jetzt? Ich würde sagen, wenn man jetzt ein Fitnessstudio hat und man möchte solche Ketten rumliegen haben, würde ich die normalen Ketten auf jeden Fall gegen Heavy Packs kaufen. Sie sind wesentlich leiser. Es nervt nicht alle anderen, wenn jemand mit Ketten trainiert. Wir kennen es ja alle, wenn jemand mit Ketten trainiert, geht es allen anderen nämlich auf den Sack. Zurecht, weil es übertrieben laut ist. Hat man hier nicht mehr. Man kann die vernünftig auf die Stange raufschieben und wieder runterholen. Man hat Gewichteinteilungen, die ziemlich genau sind, dadurch, dass man es gut messen kann von 16, 12, 8 und 5 Kilo. Ich würde bei meinen Gewichten beispielsweise immer die mit 16 nehmen, einfach weil es dann den signifikantesten Unterschied macht und ich oben stärker überladen und unten stärker unterladen kann. Und ansonsten muss man sagen, dass die Verarbeitungsqualität solide ist. Ich meine, gut, wie ist eine Kette normalerweise verarbeitet? Das ist ja eher stümperhaft. Da gibt es nicht so viel, aber hier merkt man schon, dass die Verarbeitungsqualität hoch ist. Und wenn man sagt, ich hätte gerne Ketten für mein Training aus den Gründen, die schon bereits benannt wurden, sind die hier auf jeden Fall der neue Standard, den ich auch bei uns in den Kursen eingeführt habe und jetzt nutze, weil es auch einfach Spaß macht und ich jetzt nicht den Lärm habe. Letztendlich passt es ja in jedes Gym. Jeder, der gerne sowas hätte, sollte das vielleicht in seinen Gym sich holen. Denn ich bin der Letzte, der sagt, Equipment kaufen lohnt sich nicht. Aber die wichtigsten Punkte sind einfach gute Verarbeitung, besseres Material und weniger Geräuschkulisse, weniger negative Punkte. Und dann ist es egal, ob du das Ganze nutzt für deine Physiotherapie-Praxis, für dein PT-Gym, für deine Crossout-Box oder für ein richtiges Fitnessstudio. Oder einfach zu Hause, weil du gerne Zeug hast zum Trainieren. Wenn dir das Video gefallen hat, tut mir den Gefallen, Daumen nach oben, Abo da lassen und schreib mir in die Kommentare, was denkst du über Ketten und jetzt auch vor allem über diese Ketten. Da freue ich mich auf jeden Fall wieder auf die nächste Diskussion in den Kommentaren und ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.